Hallo und willkommen zum Funke-Podcast. Wir sind Marxistinnen und Marxisten, die weltweit in über 30 Ländern als Teil der International Marxist Tendency, der IMT, aktiv sind. Wenn du Fragen hast oder selbst aktiv werden möchtest, melde dich unter www.derfunke.at. Wir werden jetzt über eine heiße Epoche des Klassenkampfs reden und es ist obvious, warum das Thema heute relevant ist. Die ganze Welt hat wieder einen genaueren Blick auf den arabischen Raum geworfen. Die militärische Eskalation in Gaza, der Krieg des israelischen Staates hat das einfach notwendig gemacht. Wir haben hier ganz massiv einen Slogan gepusht, nämlich für eine sozialistische Föderation im Nahen Osten. Das ist unserer Meinung nach der einzige Weg, wie es ein friedliches Zusammenleben aller Völker, aller Religionen, aller Minderheiten geben kann. Und wir stellen das ganz bewusst einem anderen Slogan, den die Bürgerlichen pushen gegenüber, nämlich dem Slogan einer Zwei-Staaten-Lösung. Und dieser Slogan, diese Zwei-Staaten-Lösung, die als Lösung gepriesen wird, teilweise auch von linken Organisationen, von der sozialistischen Jugend zum Beispiel, dieser Slogan ist völlig reaktionär und er ist gleichzeitig auch völlig utopisch. Was wird das irgendwie konkret im Detail bedeuten? Das wird irgendwie bedeuten, dass es einen kapitalistischen palästinensischen Staat gibt, der neben einem wirtschaftlich und militärisch viel stärkeren israelischen Staat existiert. Das wird bedeuten, dass dieser palästinensische Staat ökonomisch komplett von Israel abhängig ist. Und es wird bedeuten, dass keines der sozialen Probleme der palästinensischen Massen gelöst wird. Und man muss irgendwie sagen, warum ist dieser Slogan utopisch? Es ist völlig unrealistisch, dass es so einen palästinensischen Staat auf kapitalistischer Basis geben kann. Israel hat kein Interesse daran, die herrschende Klasse in Israel hat kein Interesse an einem palästinensischen Staat. Sie untergräbt seit Jahrzehnten jede Grundlage dafür. Es ist keinerlei ein realistisches Szenario. Also uns muss irgendwie klar sein, die einzige Lösung für den Konflikt ist eine Revolution im gesamten arabischen Raum. Und deshalb pushen wir eben diesen Slogan für eine sozialistische Föderation. Und jetzt kann man irgendwie sagen, du kannst doch sagen, die Zwei-Staaten-Lösung ist eine Utopie, aber das, was du sagst, eine sozialistische Föderation, das ist erst recht eine Utopie. Und ich glaube, ich werde jetzt die nächsten 40 Minuten widmen, das Gegenteil zu beweisen. Und vor allem zu zeigen, die Machtübernahme der Arbeiterklasse im arabischen Raum war zum Greifen nahe, nämlich genau im arabischen Frühling vor etwa zehn Jahren. Ich werde aber ein bisschen davor anfangen, nämlich dabei, wie die arabische Welt vor dem arabischen Frühling ausgesehen hat. Es gab zahlreiche Diktaturen, es gab Diktatoren, die seit Jahrzehnten an der Macht waren. Das waren extrem korrupte Regierungen, extrem repressive Regierungen. Es gab dort keine demokratischen Freiheiten, es gab kein Demonstrationsrecht, es gab auch keine Rechte für die Arbeiter und Arbeiterinnen. Und man muss auch sagen, diese Regierungen waren völlig vom westlichen Imperialismus abhängig. Also zum Beispiel, allein das ägyptische Militär ist zu einem Großteil, also der ägyptische Staat, das Militärbudget des ägyptischen Staates ist zu einem Großteil von den USA abhängig. Und was passiert ist, ist in der Weltwirtschaftskrise 2008 sind diese Regimes zunehmend instabil geworden. Die Lebensmittel und Ölpreise sind stark angestiegen, der Staat hatte kein Geld mehr für staatliche Hilfen und das hat dazu geführt, dass ein großer Teil der Jugend, selbst diejenigen, die gute Ausbildungen haben, keine Chance mehr hatten, keine Perspektive für ein gutes Leben hatten, keine Perspektive dafür, dass sie mal eine Familie gründen können, keine Perspektive dafür, dass sie gute Jobs haben können, egal welchen Ausbildungsgrad sie hatten. Und diese verzweifelte Situation hat dazu geführt, dass im Dezember 2010 in Tunesien ein junger Mann sich umgebracht hat, sich selbst verbrannt hat. Dieser junge Mann, Mohamed Borsisi, der war ein Gemüsehändler und der hatte für seinen Gemüseverkauf keine Genehmigung, kann man lesen. Ich glaube irgendwie, was das konkret heißt, ist, er hatte kein Geld, die Polizei zu bestechen, dass er sein Gemüse verkaufen kann. Und diese Schikane der Polizei ist etwas komplett Alltägliches in diesen Ländern. Und die Polizei hat eben ihn daran gehindert, dass er seinen Job ausüben kann. Dieser Mann hat keinen Ausweg gesehen, sich ernähren zu können, seine Familie ernähren zu können. Er hat keinen Ausweg gesehen, seine Schulden zu bezahlen. Und er hat sich eben durch diese öffentliche Selbstverbrennung im Dezember 2010 das Leben genommen. Und das war eine Verzweiflungstat, das war eine isolierte Tat. Aber gleichzeitig hat diese Tat resoniert mit dem Bewusstsein von Millionen von Menschen, Millionen von Tunesiern und auch darüber hinaus. Und diese Menschen hatten genug von den tausenden kleinen Ungerechtigkeiten. Sie hatten genug von den steigenden Preisen. Sie hatten genug, dass sie nur niedrige Löhne bekommen, dass sie keine politischen Freiheiten haben, dass es dieses korrupte politische System gibt und dass es eben diese Polizei gibt, die die Bevölkerung schikanierte. Und was halt passiert ist mit dieser einen Tat war, dass das fast zum Überlaufen gekommen ist. Die Folge war, dass es eine Massenproteste gab, dass er über eine Massenbewegung gestartet hat. Und ich glaube, Alan Woods würde irgendwie an diesem Punkt sagen, diese Bewegung kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Denn weder die Herrschenden haben damit gerechnet, noch die Massen haben damit gerechnet, dass auf einmal Hunderttausende beginnen werden, sich zu bewegen. Und ich glaube, wir kennen das auch aus anderen Bewegungen aus den letzten Jahren. Wir kennen das von Black Lives Matter. Wir kennen das von der revolutionären Welle im Iran letztes Jahr. Es reicht manchmal eine weitere Ungerechtigkeit, um das System so hart zu erschüttern, dass es zu einer massiven Welle an Protesten und Unzufriedenheit kommt. Genau. Und nach diesem Vorfall, nach dieser Selbstverbrennung, haben Zehntausende Menschen im ganzen Land begonnen zu demonstrieren. Die Polizei hat natürlich mit Repressionen reagiert, aber es hat nicht gereicht so. Sie konnten die Proteste nicht stoppen durch Polizeigewalt. Ganz im Gegenteil. Die Proteste sind sogar immer größer geworden, obwohl Dutzende junge Leute auf der Straße erschossen wurden, umgebracht wurden. Und diese Bewegung in Tunesien, wir sind noch in Tunesien, hat dazu geführt, dass Ben Ali, der 23 Jahre in der Macht war, 23 Jahre lang das Land regiert hat, innerhalb von zwei Wochen gestürzt wurde. Und das war ein erster großer Sieg im arabischen Raum. Aber es war in keinster Weise das Ende der Bewegung, sondern ganz im Gegenteil. Das war irgendwie der Anfang einer revolutionären Welle, die jetzt die nächsten zwei Jahre lang den gesamten arabischen Raum fest in ihrer Hand halten sollte. Es kam in weiterer Folge zu Protesten in Algerien, in Jemen, in Jordanien, in Ägypten, in Marokko und im Irak. Und in weiterer Folge auch im Iran, in Syrien. Und was vielleicht auch für uns heute sehr spannend ist, es kam auch zu Massenproteste in Palästina und in Israel. Es gab auch Hunderttausende, die in Israel auf die Straße gegangen sind, in Tel Aviv, die gegen ihre eigene Regierung demonstriert haben und dabei sympathisiert haben mit den arabischen Massen, die ihre Diktaturen herausfordern. Und das zeigt irgendwie, wie verflochten das Schicksal der verschiedenen Länder, der verschiedenen Nationen ist, dass Revolutionen keinerlei Respekt vor Landesgrenzen haben und dass eben die gesamte Arbeiterklasse erkennt, dass sie einen gemeinsamen Kampf hier führt. Ich werde mich in weiterer Folge vor allem auf Tunesien, aber in erster Linie auf Ägypten konzentrieren. Es sind die zwei Länder, wo die Bewegung am weitesten ging und man irgendwie am weitesten eine revolutionäre Perspektive aufzeigen kann. Man muss irgendwie sagen, so in beiden Ländern, in Tunesien und in Ägypten, wäre es mehrfach möglich gewesen, dass die Arbeiterklasse die Macht ergreifen kann. In Tunesien sind, in ganzen Städten ist es dazu gekommen, dass der bürgerliche Staatsapparat zusammengebrochen ist, teilweise einfach verschwunden ist. Dieses Machtvakuum wurde gefüllt von den Gewerkschaften, von den lokalen Räten, von den Selbstverteidigungsräten, von den Selbstverteidigungskomitees, die die Verwaltung übernommen haben. Also man kann irgendwie sagen, die Organe, die die Revolution hervorgebracht haben, haben die Macht übernommen in Teilen des Landes, in einzelnen Städten. Ich werde jetzt in erster Linie über Ägypten reden. Das liegt vor allem daran, dass Ägypten das größte Land im arabischen Raum ist. Ägypten hat circa 100 Millionen Einwohner. Ägypten hat eine starke Arbeiterklasse mit starken Traditionen. Und Ägypten stellt damit auch das Schlüsselland im arabischen Raum dar. Und genau, dieser revolutionäre Prozess hat Ägypten von 2011 bis 2014 durchzogen, war geprägt von Aufschwungen, Abschwungen, von Revolutionen und Kontrarevolutionen. Und um nochmal ein bisschen auszuholen, dann rede ich aber wirklich über die Massenproteste in Ägypten. Aufmerksame Beobachter haben schon vor 2011 eine Erhöhung der Aktivität der ägyptischen Arbeiterklasse bemerken können. Wenn man sich anschaut, wie hat der ägyptische Staat funktioniert. In den 50er und 60er Jahren wurden große Teile der Industrie verstaatlicht unter Nasser, der ein linker Präsident war. Und die Jahre nach Nasser, die Jahrzehnte nach Nasser waren geprägt von Privatisierungen von dem staatlichen Eigentum, waren geprägt davon, dass der Diktator Mubarak zum Beispiel, der bis zum arabischen Frühling herrschte, wieder die guten Beziehungen zum westlichen Imperialismus herstellen wollte, der alles privatisierte. Das war natürlich gekoppelt an Kredite vom internationalen Währungsfonds, an Militärhilfen und so weiter. Also dieser Mubarak wollte wieder Ägypten ein respektables Land in den Augen des westlichen Imperialismus machen. Und diese Privatisierungen haben immer wieder zu Gegenwehr geführt. Und 2006 fand das seinen höchsten Ausdruck. Also 2006, fünf Jahre vor dem arabischen Frühling, kam es in der Industriestadt Mahalla zu einem Streik, bei dem 25.000 Textilarbeiter und Textilarbeiterinnen eine Fabrik besetzten. Das handelt sich dabei um eine der größten Fabriken im gesamten afrikanischen Kontinent. Diese Fabriksbesetzung wurde durchgeführt gegen die staatlich kontrollierte Gewerkschaft. Und diese Bewegung war extrem stark, extrem groß. Es hat dazu geführt, dass die Polizei am zweiten Tag einschreiten wollte, die Besetzung auflösen wollte, die Leute rausboxen wollte. Und nachdem die Arbeiter und Arbeiterinnen davon Wind bekommen haben, haben sie begonnen, in Mahalla in der Stadt selbst zu mobilisieren. Das hat dazu geführt, dass 20.000 Einwohner und Einwohnerinnen zu der Fabrik geströmt sind, das Gebäude umringt haben und verhindert haben, dass die Polizei diesen wilden Streik auflösen kann. Und das war ein extrem inspirierendes Event. Weil es war zum ersten Mal, dass Massen gegen die Staatsgewalt in Ägypten auf die Straße gehen und zeigen, dass sie dabei gewinnen können. Im Nachhinein wurde dieses Event auch so die Generalprobe zur Revolution 2011 genannt. Und es war auch die ersten größeren öffentlichen Anti-Mubarak-Proteste. Es kam irgendwie zum ersten Mal seit fast 30 Jahren zu Straßenschlachten mit der Polizei. Es wurden dort drei Leute getötet. Und irgendwie zum ersten Mal war dieser öffentliche Unmut gegen Mubarak sichtbar so. Zum ersten Mal gibt es irgendwie Videos, wo Leute ein Bild von Mubarak auf den Boden werfen, drauf rundrampeln, Sachen rufen wie Mubarak muss weg. Also die Slogans, die uns in der Revolution auch wieder begegnen werden. Und diese Streiks, die 2006 begonnen haben in Mahalla, haben sich wiederholt 2007 und 2008. Aber diese Streiks sind noch isoliert geblieben. Wir springen jetzt ein bisschen nach vorn. Nämlich nach 2011 zu den Protesten in Ägypten. Die waren inspiriert von dem Sturz von Ben Ali, dem Diktator in Tunesien. Und es gab irgendwie so eine Demonstration, die wurde von jungen Leuten angemeldet, in Solidarität mit Tunesien, inspiriert von Tunesien, gegen die Regierung auf die Straße zu gehen. Und diesem Aufruf folgten ein paar tausend Leute. Ein paar tausend Leute, nicht die Massen. Und trotzdem war die Polizei komplett überrascht davon, dass auf einmal dort ein paar tausend Jugendliche auf die Straße gegangen sind, die dann die Polizeiketten durchbrochen haben und in weiterer Folge zum Tarrierplatz gelangten. Das sollte dann später der zentrale Platz der Revolution werden. Und wie gesagt, das waren nicht viele Leute, aber psychologisch war es extrem wichtig. Weil zum ersten Mal konnte die Polizei in der Hauptstadt in die Flucht geschlagen werden. Zum ersten Mal gehen ein paar tausend Leute auf die Straße, kämpfen gegen die Polizei und die Polizei muss sich zurückziehen. Und dieser Dammbruch hat dazu geführt, dass es zwei Tage später die ersten Massenproteste gab. Es war ein Freitag, nach dem Freitagsgebet kam es zu spontanen Protestzügen, die in die Innenstadt zogen. Die Polizei hat probiert, das zu unterbinden mit Tränengas, mit Gummigeschössen. Aber es war zwecklos so. Immer mehr Menschen strümmten in die Innenstadt. Und die Regierung war dann irgendwann in Panik, hat begonnen, das Internet abzuschalten, wollte verhindern, dass es zu weiteren Austauschkommunikationen kam usw. Aber es war irgendwie schon zu spät so. Zu dem Zeitpunkt waren schon 100.000 Leute am Tarrierplatz. Immer mehr Leute schlossen sich den Demozug an und die Neuigkeiten haben sich auch in andere Städte des Landes verbreitet. Es kam zu Massendemos. Der Hauptstogen war dort nieder mit der Regierung, nieder mit Mubarak. Und das Ganze hatte das Ausmaß eines Aufstands angenommen. Zum Beispiel wurde das Hauptgebäude der Regierungspartei angezündet an dem Tag. In Alexandria und in Suez, die nächsten zwei größeren Städten, dort gab es auch größere Demonstrationen. Und was an diesem Tag ebenfalls extrem spannend war, was auch in weiterer Folge die Revolution prägte, war, dass die Soldaten einen Schießbefehl bekommen haben von der Regierung. Aber die Soldaten sind dann irgendwie gekommen auf den Platz, haben die Luft geschossen, haben Warnschüsse abgefeuert, aber die Leute haben sich davon nicht einschüchtern lassen. Und als die Soldaten gemerkt haben, okay, die Leute gehen jetzt nicht einfach weg, nur weil wir in die Luft geschossen haben, waren sie... Also man hat irgendwie gemerkt, die Soldaten wollen nicht weitergehen, die Soldaten wollen nicht auf die Menge schießen. Und stattdessen sind die Soldaten zurückgewichen oder einfach nur noch passiv rumgestanden. Und als den Demonstranten klar war, dass die Polizei nicht gegen... Die Soldaten, das ist ein wichtiger Unterschied, die Soldaten nicht gegen sie vorgehen werden, haben sie begonnen zu applaudieren. Es kam dazu, dass die Massen immer applaudiert haben, dass sie auf Panzer geklettert sind, dass sie die Soldaten umarmt haben. Also es kam zu Verbrüderungen zwischen der Revolution und den einfachen Soldaten. Und nach diesem Event, nach dieser ersten Massendemonstration, hat sich gezeigt, dass in den nächsten Tagen die Polizei de facto von den Straßen verschwand, dass die Straße den Demonstranten gehört hat, dass es auch im Weiteren zu einem Machtvakuum kam, das dann durch spontane Nachbarschaftskomitees gefüllt wurde, also Komitees in den Nachbarschaften in erster Linie, um die Revolution zu verteidigen, aber auch um sich zu verteidigen, vor Unruhestiftern, vor Plünderungen und so weiter. Und das war irgendwie die erste Welle der Revolution. Und was sich dann gezeigt hat, ist, dass es in den nächsten Wochen nicht möglich war, die Massen wieder von den Straßen runterzubekommen. Also irgendwie in dieser ersten Welle, in diesem eigentlich sehr kurzen Kampf, hat die Revolution den ersten Feind besiegt, nämlich die Polizei auf die Straße, die sie sonst immer wieder zurückgeboxt haben. Aber man muss halt sagen, ja, die Straßen gehörten den Demonstranten, aber gleichzeitig war Mubarak weiter an der Macht und es hat sich nichts geändert an dem Staat und so weiter. Also es hat sich irgendwie gezeigt, so der erste Feind wurde besiegt, aber es war trotzdem so eine vorübergehende Sackgasse. So jetzt gehört uns die Straßen, aber was machen wir mit der Straße? Wir haben zwar jetzt das Recht zu demonstrieren, aber was machen wir jetzt mit diesem Recht zu demonstrieren? Und der nächste Schritt der Revolution war nur möglich dadurch, dass die Arbeiterklasse aktiv als Arbeiterklasse begonnen hat, an der Revolution teilzunehmen. Sprich, dass es zu massiven Streiks kam, zu einer massiven Streikwelle. Und das hat der Bewegung einen qualitativen Sprung nach vorne ermöglicht, der die Bewegung vertieft hat, in die kleineren Städte, in die Industriestädte, raus aus den Zentren und wirklich tief in die Gesellschaft hinein. Und am 6. Februar 2011 kam es eben zu dieser massiven Streikwelle, die das Telekommunikationsnetz lahmgelegt hat. Die Ölarbeiter haben gestreikt, in den Krankenhäusern gab es Streiks, in den Universitäten, in den Druckereien. Und selbst die Hafenarbeiter im Suezkanal sind in den Streik getreten, über den 6% des weltweiten Schiffverkehrs stattfinden. Und spätestens mit dem Streik im öffentlichen Verkehr war die Macht der Arbeiterklasse so klar, dass Mubarak dann zurückgetreten ist. Also drei Tage nach Beginn dieser Streikwelle ist Mubarak zurückgetreten. Und das hat natürlich zu einem massiven Enthusiasmus bei den Revolutionären geführt. Das hat so eine Welle von Begeisterung geführt. Es gab dann an dem Tag von dem Rücktritt eine riesige Feier am Tarja-Platz, am Platz der Revolution, wo sich Millionen von Menschen versammelt haben und gefeiert haben. Endlich ist er weg. So 30 Jahre hat dieser Mann unser Land regiert und wir haben ihn gestürzt. Aber das Spannende ist, wie das Bewusstsein danach weitergegangen ist. Ich habe so ein Interview gefunden und da sagte eine junge Studentin, gestern Nacht war ich sehr glücklich, aber als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich mir Sorgen um die Zukunft gemacht. Und ich glaube, dieser kurze Satz drückt irgendwie aus, was sich Millionen von Menschen zu diesem Zeitpunkt gedacht haben müssen. Und ich glaube, es drückt auch aus, extrem klar, warum wir eine revolutionäre Organisation brauchen, mit tiefer Verankerung in den Massen, um genau mit dieser jungen Studentin und den Millionen von Leuten, die sich genau dasselbe gedacht haben, reden zu können und sie von unseren Perspektiven überzeugen können. Also ich glaube, diese Studentin hat die Stimmung der Massen gut zusammengefasst, weil in echt hat sich halt niemand gedacht, dass es wirklich möglich ist, Mubarak zu stürzen, bis er halt gestürzt war. Und dann war er halt weg und dann hat man sich gefragt, okay, was machen wir jetzt? Und es wird oft gesagt, dass es im arabischen Frühling keine Führung gab in der Revolution und das ist nicht ganz exakt so. Es gab eine lose Koalition an Kleinparteien, an Aktivistengruppen, und eine der bekanntesten dieser Gruppen, auf die ich auch genau eingehen will, ist die Bewegung des 6. Aprils. Die nennt sich so nach den Streiks in Mahalla, die ich vorhin schon erwähnt habe, die 2006 bis 2008 stattgefunden haben. Und diese Gruppe an jungen Leuten war extrem inspiriert von den Arbeitern und Arbeiterinnen, die dort gekämpft haben. Aber man muss halt sagen, was war die Ideologie von diesen Gruppen? Das war halt irgendwie unklar. Das waren säkuläre Gruppen, die halt irgendwie für Demokratie und Freiheit waren, aber ideologisch nicht wirklich zuordnenbar waren. Und diese Gruppen haben auch davor schon Proteste organisiert. Die haben die ersten Demos organisiert. Sie hätten halt niemals gedacht, dass dann eines Tages wirklich Hunderttausende auf ihre Demos kommen und dass sie auf diesen Demos die Polizei in die Flucht schlagen werden können. Und vor allem diese Bewegung des 6. Aprils, was haben die irgendwie gefordert? Die haben gesagt, wir müssen das Parlament auflösen, wir brauchen Neuwahlen, der Präsident darf maximal zwei Amtsperioden an der Macht sein, ein Ende der Notstandsgesetze und einen höheren Mindestlohn und höhere Arbeitslosenunterstützung. Also das zeigt irgendwie zwei spannende Sachen. Das erste ist, dass es eine Reihe an demokratischen Forderungen gibt, die natürlich sind, dass die hervorkommen in dieser Diktatur. Und das zweite ist, ja, es gab auch ökonomische Forderungen. Es gab auch soziale Forderungen, die Forderungen nach höheren Löhnen. Das zeigt, dass die Arbeiterklasse in der Bewegung von Anfang an eine Rolle spielte. Gleichzeitig muss man sagen, so der Charakter der Revolution, vor allem an diesem Punkt, war der Charakter einer Volksrevolution. So alle Schichten der Gesellschaft haben an der Revolution teilgenommen. Aber erst durch die Arbeiterklasse als Arbeiterklasse, durch die Streiks, verlieh die Arbeiterklasse die Macht, dass dieser Aufstand wirklich die Regierung stürzen kann. Und wenn man sich anschaut, diese Bewegung des 6. Aprils, was haben die gefordert, nachdem Mubarak zurückgetreten ist? Ich werde das kurz vorlesen. Es ist nämlich extrem ernüchternd. Ein führender Aktivist der Bewegung sagt, die Rolle der Bewegung des 6. Aprils als friedlicher Widerstand ist vorbei. Unsere Aufgabe besteht nun darin, am Aufbau der Nation mitzuwirken und Druck auf die Regierung und Gesellschaft auszuüben, um den Prozess der demokratischen Reform in Ägypten abzuschließen. Ein anderer sagt, wir haben die Entscheidung getroffen, nicht zu demonstrieren, während wir auf eine Antwort auf unsere Forderungen warten. Wir können ja jederzeit wieder auf die Straße gehen. Also ich glaube, das zeigt Ihnen die, eine wichtige Lektion, die uns auch in Zukunft in allen Revolutionen begegnen wird. Nämlich, dass Revolution kein linearer Prozess ist. In verschiedenen Phasen der Revolution werden verschiedene Schichten der Gesellschaft nach vorne gespült und in anderen Phasen werden die aber auch wieder Schritte zurück machen. Und am Ende des Tages spiegelt das die Interessen verschiedener Klassen wieder. Und am Anfang der Revolution herrscht so ein Gefühl der Einheit. Wir haben irgendwie diesen gemeinsamen Feind und wir sind alle gegen diesen Feind. Wir haben alle dieses gemeinsame Ziel. Das übertüncht die Klassenunterschiede durch dieses Gefühl der Einheit. Doch im Prozess der Revolution wird klar, dass es eine Differenzierung gibt, dass es bürgerliche Elemente gibt, dass es so Mittelschicht-Demokraten gibt und die werden halt schnell Kompromisse suchen, die werden schnell Verhandlungen mit dem Regime suchen und es hat sich halt gezeigt, ja, diese Bewegung des 6. Aprils, das waren irgendwie ehrliche Jugendliche, die waren inspiriert durch die Kämpfe der Arbeiter, aber am Ende des Tages, ja, das sind halt so Mittelschicht-Demokraten, die halt irgendwie eine demokratische Lösung wollen und nicht irgendwie bereit sind, die Revolution bis zum Ende durchzuziehen. Und im letzten Konsequenz spült das andere Elemente nach vorne, entschlossenere Elemente und konsequentere Elemente. Und der Schritt in der Revolution, wo das am eindrucksvollsten hervorkam, ist in den Forderungen der Stahlarbeiter von Hellwarn. Das gibt es in dieser tollen Broschüre nachzulesen. Diese Stahlarbeiter haben nicht nur gefordert, dass Mubarak zurücktreten muss, nein, sie haben auch gesagt, er muss enteignet werden, genauso wie alle anderen korrupten Vertreter des alten Regimes. Sie haben gefordert, dass es Komitees braucht in den Betrieben zur Kontrolle der Produktion, der Güterverteilung, der Preise und der Löhne. Und sie haben gefordert, dass es eine verfassungsgebende Versammlung braucht, dort Volksräte gewählt werden und dass man nicht abwartet auf Verhandlungen mit den Regimen. Also diese Schichten haben irgendwie den Notwendigkeiten der Revolution ein ernsthaftes Programm gegeben. In weiterer Folge möchte ich auf das Element der Selbstorganisation zu sprechen kommen, weil dem Massen war zwar die politische Ausrichtung der Revolution extrem unklar, aber was sie irgendwie bewiesen haben, ist, dass sie kein Haufen an Chaoten sind, die nur an Zerstörung und Chaos interessiert sind. Also wenn man sich irgendwie anschaut, was sagen die Liberalen über die Revolution? Die Revolution wird extrem blutig sein, sie wird chaotisch sein, sie wird alles zerstören, sie schüren irgendwie diese Angstbilder, aber wenn man sich irgendwie anschaut, wie reale Revolutionen stattfinden, dann merkt man irgendwie, exakt das Gegenteil ist der Fall. Das Chaos im arabischen Frühling ging zu 100% von der Regierung, von der Kontra-Revolution und von den Bossen aus. Und ich mag das irgendwie an einem Beispiel darlegen. Im Februar 2011 kam es zur sogenannten Schlacht der Kamele, die so benannt ist, weil einige hundert Männer auf Kamelen und Pferden auf den Tarja-Platz einritten, einmarschierten, die waren bewaffnet mit Schwertern, mit Stöcken, mit Molotow-Cocktails und die haben versucht, die Demonstrationen aufzulösen, die Platzbesetzer zu vertreiben und die Leute irgendwie zurückzudrängen. Und es kam zu einer stundenlangen Schlacht, bei der mindestens fünf Leute umgebracht wurden, aber es hat sich gezeigt, die Revolution konnte sich verteidigen, diese Angreifer wurden zurückgetrieben und das war irgendwie ein Keypoint so, dass man sich gegen jede Art von Angreifer verteidigen kann. Und was sich später herausgestellt hat, so wer ist hinter diesen Angriffen gesteckt? Die Leute waren teilweise von der Geheimpolizei, teilweise waren das bezahlte Provokateure, die vielleicht nur für eine Mahlzeit bezahlt wurden, um diese Attacken gegen die Revolution durchzuführen. Und das hat sich immer wieder in der Revolution gezeigt. Die Basis für die Regierung und für das Regime waren oft so Banden aus Klumpenproletariern, die bezahlt wurden von der Polizei, von der Regierung, die wurden dafür bezahlt, Frauen zu vergewaltigen, die wurden dafür bezahlt, die Demonstrationen zu attackieren, die wurden dafür bezahlt, die Nachbarschaften zu plündern, um eben Chaos zu stiften. Und die Revolution hat extrem gut darauf reagiert und hat irgendwie begonnen, sich dagegen zu verteidigen und selbst organisiert dagegen anzukämpfen. Es kam dazu, dass unmittelbar mit den ersten Protesten diese spontanen Nachbarschaftskomitees gegründet wurden, die die Viertel beschützen sollten. Das war eigentlich ein ganz natürlicher Reflex der Arbeiter und Arbeiterinnen. Das ist keine hochtrabende Theorie von Marxisten. Nein, das war irgendwie notwendig, um sich verteidigen zu können. Du bildest in der Nachbarschaft, du triffst dich zusammen, du organisierst dich mit deinen Freunden und Bekannten und willst eben irgendwelche Plünderer daran hindern, ja, keine Ahnung, dein Haus zu zerstören. Und diese Selbstorganisation fand am Tarja-Platz im Herz der Revolution eben seinen größten Ausdruck. Das ist irgendwie ganz spannend, so der Rest von Kairo ist ziemlich zugemüllt. Und am Tarja-Platz war das Gegenteil der Fall. Trotz der hunderttausende Leute, die dort ein- und ausgingen, die demonstrierten, die dort übernachtet haben, lag nirgendwo Müll rum. Putzteams haben den Platz gereinigt. Es wurden Sicherheitscheckpoints eingerichtet gegen die Provokateure, gegen Eindringlinge. Essen und andere Güter wurden verteilt. Es gab Ärzte und Pfleger, die sich um die Kranken und um die Verletzten gekümmert haben. Es kamen zu politischen Debatten, zu Theatervorführungen, zu Filmvorführungen. Dafür wurden Bühnen auf- und abgebaut. Also man sieht irgendwie das spontane Element der Selbstorganisierung. Aber vielleicht das Eindrucksvollste ist, dass dieser Prozess bis in die Fabriken hineinging. Also zum Beispiel wurden besonders verhasste Manager und Bosse abgesetzt durch die streikenden Arbeitern. Teilweise wurde das durch Ansätze von Arbeiterkontrolle ersetzt. Und dieser gesamte Prozess fand de facto außerhalb der Gewerkschaften statt. Man muss sich irgendwie vorstellen, die einzige legale Gewerkschaft in Ägypten damals, war eine Einheitsgewerkschaft, die selbst damals noch die Regierung und Mubarak unterstützte. Genau. Und was das irgendwie aufzeigt, ist, in lokalem Maßstab, in den Nachbarschaften, teilweise in den Fabriken, haben die Arbeiter und die Massen begonnen, die Gesellschaft neu zu organisieren, nach ihren eigenen Bedürfnissen zu organisieren. Sie haben einfach begonnen, die Macht, die auf den Straßen lag, in ihre Hände zu nehmen. Und ich glaube, wir müssen das extrem betonen, weil 2011, 2012, die bürgerlichen Medien haben eigentlich ziemlich gut berichtet, also positiv berichtet vom arabischen Frühling, aber sie haben probiert, das als Demokratiebewegung darzustellen. Endlich erheben sich die unwissenden Araber so gegen ihre Diktaturen und haben das probiert, so als eine Bewegung, die westliche Maßstäbe errichten will, darzustellen. Aber wir müssen irgendwie sagen, die Revolution war voller sozialer Forderungen. Und das wollen die Bürgerlichen verschweigen. Sie wollen verschweigen die Aktivität der Arbeiterklasse in der Revolution und sie wollen verschweigen, dass für die Massen demokratische Forderungen nichts bringen, wenn sie nicht gekoppelt sind mit sozialen Forderungen, mit den Forderungen nach höheren Löhnen, nach mehr Brot und so weiter. Aber gleichzeitig müssen wir auch sagen, was die Limitierungen waren, weil es gab diese Komitees in den Nachbarschaften, in den Fabriken, aber sie haben sich nicht zusammengeschlossen. Sie sind regional isoliert geblieben. Und das, was gefehlt hat, um die Revolution auf eine höhere Ebene zu stellen, war, dass sich diese ganzen Komitees überall zusammenschließen und tatsächlich dem bürgerlichen Staat etwas gegenüberstellen können, eine Arbeiterregierung gegenüberstellen, einen Arbeiterstaat gegenüberstellen können. Extrem spannend ist, wenn man sich die Rolle der Frauen in der Revolution anschaut. Und ich habe mir die Sachen durchgelesen und man fühlt sich zwanghaft an die Februarrevolution in Russland erinnert. Bei dem ersten großen Streik in Mahalla waren es die Textilarbeiterinnen, die zuerst auf die Straße gingen. Und diese mutigen Frauen haben die Fabriken verlassen und haben dabei gerufen, hier sind die Frauen, aber wo sind die Männer? So, die Speerspitze der Revolution waren irgendwie die Textilarbeiterinnen, die zuerst auf die Straße gegangen sind und ihren männlichen Kollegen gesagt haben, so, jo, ihr kommt jetzt auch raus, sonst seid ihr irgendwie Feiglinge und Angsthasen. Aber gleichzeitig muss man sagen, so, die Frauenunterdrückung in Ägypten ist extrem stark. Es sind nur 30% der Frauen im Erwerbsleben aktiv und de facto alle Frauen, 80% der Frauen erleben an irgendeinem Punkt in ihrem Leben sexuelle Belästigungen, Übergriffe oder Vergewaltigungen. Und das Spannende an der Revolution und das Inspirierende an der Revolution war, dass nahezu gleich viele Frauen wie Männer auf der Straße zu sehen waren. Und ich werde da kurz ein Zitat vorlesen von einer Aktivistin. Frauen sind in den Protesten nicht einfach in den traditionellen Rollen wie Kochen und auf Kinder aufpassen. Nein, Frauen sind an der vordersten Front der Revolution, überlegen sich neue Sprüche, rufen die Slogans der Revolution und verteidigen die Proteste. Eine andere Aktivistin sagt, viele Leute sagen, Tarja, das ist die Zukunft für Ägypten, Männer und Frauen gleichgestellt im Kampf für die Freiheit. Und ich glaube, die Frage, die sich irgendwie aufdrängt so, ist, wir reden von dieser Gesellschaft, die von dieser extremen Ungleichheit geprägt ist, von extremer Frauenunterdrückung und Sexismus geprägt ist. Und die Frage ist so, wie konnten die Männer innerhalb weniger Tage, innerhalb weniger Wochen ihre Vorurteile überwinden und dafür sorgen, dass es eben diese Gleichheit in der Revolution gab. Und ich glaube, die Antwort ist sehr leicht in echt so. Weil tatsächlich, die objektiven Umstände in der Bewegung haben es nicht anders zugelassen so. Sexuelle Übergriffe, Vergewaltigungen, das waren die Waffen der Reaktion, das waren die Waffen der Regierung, um die Frauen wieder zurückzuboxen. Vergewaltigungen zum Beispiel wurden gezielt von der Regierung eingesetzt, um die Bewegung zu schwächen und zu demoralisieren. Und es war irgendwie allen Leuten am Tarja-Platz, in den Protesten, überall klar, wir können keine Toleranz zu so einem Verhalten zeigen, das schwächt uns. Wir müssen irgendwie gemeinsam kämpfen. Eine Aktivistin sagt, ich habe mich in Ägypten nie so sicher gefühlt als in den Menschenmengen auf den Demos. Und sie sagt, also auf Englisch ist es irgendwie schöner, people are not just asking the regime to change, people are changing themselves. Also die Leute sagen nicht nur, die Regierung muss sich ändern, sondern sie ändern sich auch selbst in diesem Prozess. Und ich glaube, wir müssen irgendwie betonen, ohne dem massenhaften Inkrafttreten der Frauen in der Revolution wäre keine Revolution möglich. Und die Millionen von Frauen haben in dieser Bewegung politisches Bewusstsein erlangt, und zwar revolutionäres Bewusstsein. Und gleichzeitig war das auch den Männern bewusst in der Revolution, die Seite an Seite mit den Frauen kämpften, gelernt haben, sie als Gleichgestellte zu respektieren und eben die Notwendigkeit, dass sie gemeinsam kämpfen müssen. Und ähnlich verhielt es sich auch mit anderen Unterdrückungsformen, konkret mit der Religion. Muslime und Christen demonstrierten Seite an Seite und ließen sich nicht spalten in der Bewegung. Umgekehrt zeigt sich auch hier so, welche Rolle haben die Reaktionäre und die Regierung geführt. Nachdem zahlreiche Ministerien und Ämter gestürmt wurden in der Revolution und dort teilweise Dokumente in die Hände der Revolutionäre gelangt sind, hat sich gezeigt, dass ein Terroranschlag, der 2011 stattgefunden hat, gegen eine Kirche, dass dieser Terroranschlag geplant wurde von einer Geheimabteilung des Innenministeriums, um bewusst religiöse Konflikte hervorzubringen, unbewusst die religiöse Spaltung zu befeuern. Und ich glaube, was sich da extrem deutlich zeigt, ist, die Regierung braucht unsere Spaltung, die Herrschenden brauchen unsere Spaltung, während wir als Revolutionäre, während wir als revolutionäre Bewegung nur stark sein können, indem die Arbeiter und Arbeiterinnen geeint sind und sich eben nicht spalten lassen. Ein Fakt, der ein bisschen überraschend wirkt im arabischen Frühling, ist die Rolle, die die Armee gespielt hat. Also irgendwie, wenn wir an Armee denken, dann ist das irgendwie für die meisten so die Speerspitze der Reaktion und das stimmt irgendwie zu einem gewissen Grad, aber auch durch die Armee gegen Klassenlinien. Und ich kann jetzt nicht zu tief historisch ausholen, aber den Köpfen von Millionen von Menschen in Ägypten vertritt die Armee bis heute so ein revolutionäres Erbe im Kampf gegen den westlichen Imperialismus, im Kampf für die Unabhängigkeit. Das ist irgendwie auch noch beflügelt durch die Erinnerung an Nasser, eben diesen linken Präsidenten, der aus dem Militär kam, durch einen Militärputsch an die Macht kam und große soziale Verbesserungen eben durch diese Verstaatlichungen durchgeführt hat. Ja, aber eben wie gesagt, so auch durch das Militär verlaufen Klassenlinien. Es gibt irgendwie die normalen, einfachen Soldaten, die in der Regel aus der Arbeiterklasse kommen, die das Militär als irgendwie einen sicheren Job sehen, so die vielleicht keine anderen Perspektiven haben für ein gutes Leben. Wenn du zum Militär gehst, okay, du kriegst immer dein Gehalt, du hast eine soziale Rolle, die nicht so schlecht ist, aber du bist trotzdem, du fühlst dich sozial trotzdem verbunden mit der Arbeiterklasse. Und genau das Gegenteil ist bei den Generälen der Fall, oder? Die Generäle, das ist irgendwie die größte Gefahr der Kontrarevolution. Und diese Beliebtheit des Militärs, das war eine Schwäche der Revolution und das hat aber einerseits dazu geführt, dass es von Anfang an zu Verbrüderungen zwischen der Revolution und den Soldaten kam, aber gleichzeitig haben die Offiziere ihre Beliebtheit auch ausgenutzt und irgendwie gesagt, okay, Leute, ihr habt jetzt gestürzt, das war eh gut, das war eh wichtig, wir sind eh auf eurer Seite, aber jetzt ist irgendwie der Zeitpunkt, wieder nach Hause zu gehen, die Militärs haben jetzt die Macht in ihren Händen und wir werden das jetzt für euch regeln. Und die Offiziere haben eben das genutzt so und haben versucht, das zu verwenden. Genau, aber was spannend ist, dass in der gesamten Revolution, in den gesamten zweieinhalb Jahren dieser Revolution es dem Militär nie möglich war, die Soldaten, die einfachen Soldaten offensiv gegen die Massen einzusetzen. Wenn sie irgendwie die Demonstrationen attackierten, das ist oft passiert, dann haben sie dafür die Polizei verwendet, sie haben irgendwelche bezahlten Gangster verwendet, sie haben teilweise Spezialeinheiten des Militärs verwendet, aber es war nicht möglich, die normalen Soldaten dafür einsetzen zu können. Und was uns klar sein muss, es wäre möglich gewesen, das Militär anhand dieser Klassenlinien zu zerbrechen. Aber was halt gefehlt hat, ist der politische Faktor, der genau das gezielt hätte machen müssen. Was hätte das irgendwie konkret geheißen, das Militär anhand von Klassenlinien zu zerbrechen? Es hätte irgendwie geheißen, dass wie in Russland so die Soldaten ihre Offiziere absetzen, ihre eigenen Führer wählen, die Kontrolle über die Waffen übernehmen, über die Panzer, über das gesamte militärische Ausstattung und damit die Revolution schützen und auch das Volk bewaffnen, damit das Volk eben sich selber beschützen kann gegen die Mächte der Reaktion. Ich habe es jetzt irgendwie schon öfter angesprochen. Der größte Mangel in der Revolution war das Fehlen einer revolutionären Führung. Und wozu hat das geführt? Nachdem diese erste Welle der Revolution abgeebbt ist, mit der Mubarak abgesetzt wurde, mit diesen massiven Streiks und so weiter, nachdem ein erstes Abflauen der Revolution eingesetzt hat, hat sich eine Organisation, ist angewachsen, nämlich die Muslimbrüder. Und diese Muslimbruderschaft war schon vor der Revolution eine der bekanntesten oder vielleicht die bekannteste Oppositionsgruppe. Und man muss aber sagen, während der Revolution war die Muslimbruderschaft extrem passiv, hat nichts machen können, hat auch nichts machen wollen, haben sich nicht an den Protesten beteiligt, haben dabei auch viel Glaubwürdigkeit verloren bei der kämpferischen Jugend, die auch teilweise Illusionen in die Muslimbruderschaft hatte. Und eben auch durch die Muslimbruderschaft verlaufen Klassenlinien. Das ist irgendwie eine Organisation, es ist irgendwie nicht so mega viel bekannt, es sind ein, zwei, drei Millionen Mitglieder oder so und die Führung sind reiche Geschäftsmänner, während aber die Basis hauptsächlich aus den ärmeren Schichten der ägyptischen Gesellschaft besteht. Und in dieser generellen Perspektivlosigkeit der Zeit nach dem Sturz von Mubarak haben sich diese Muslimbrüder insofern durchgesetzt, nicht weil sie jetzt irgendwie die besseren Ideen hatten, sondern sie waren halt besser organisiert, sie waren halt irgendwie schon länger da und vor allem haben sich halt die Bewegungen, die die Revolution ausgelöst haben, also komplett passiv und destruktiv verhalten so. Und vor allem in den passiveren Schichten der ägyptischen Gesellschaft haben die Muslimbrüder in dieser ersten Ernüchterungswelle Unterstützung bekommen können. Und bei den Präsidentschaftswahlen 2012 wurde deshalb auch der Kandidat der Muslimbrüderschaft Morsi zum Präsidenten gewählt. Aber man muss halt irgendwie sagen so, dieser Präsident Morsi, der hat keines der Probleme lösen können, die die Revolution ausgelöst hat. Er hat irgendwie demokratische Rechte wieder beschnitten, er hat keines der sozialen Probleme lösen können, ganz im Gegenteil, der ägyptischen Wirtschaft ging es irgendwie besonders schlecht in der Zeit. Und so kam es dazu, dass ein weiterer Höhepunkt und auch irgendwie der letzte Höhepunkt dieser revolutionären Welle am 30. Juni 2013, also man muss sich das vorstellen, zweieinhalb Jahre nach Beginn der Revolution, zweieinhalb Jahre hat diese Revolution mit Auf und Abs die Gesellschaft in der Hand gehabt. Am 30. April kam es zu Massenprotesten mit vielleicht den größten Protesten der Menschheitsgeschichte so im Vergleich zur Bevölkerung des Landes. Es gingen 14 Millionen Leute gegen Morsi auf die Straße, also es war irgendwie, die Gesellschaft war ready irgendwie für eine weitere Revolution. Und was dann passiert ist, ist, dass das Militär eingeschritten ist, Morsi gestürzt hat und ihn ersetzt hat durch Al-Sisi, der selber aus dem Militär kommt und der auch der jetzige Präsident Ägyptens ist und irgendwie auch jetzt noch an der Macht ist. Genau, Wiki zeigt mir die Zeit, ich muss langsam zu einem Ende kommen. Ich glaube, was man irgendwie aus dem Ganzen mitnehmen kann ist so, die ägyptischen Massen haben heldenhaft gekämpft, über zweieinhalb Jahre und naja, sie haben schließlich doch verloren so. Al-Sisi, der jetzige Präsident, ist jetzt seit knapp zehn Jahren an der Macht und es hat sich halt gezeigt so, keins der Probleme, die die Revolution 2011 ausgelöst haben, keins dieser Probleme ist heute gelöst. Die demokratischen Rechte wurden noch weiter zurückgenommen, Hunger und Armut ist immer noch dominant in Ägypten und ich glaube, ein Faktor, der vor allem jetzt noch größeren Unmut bei den Massen auslöst, ist die komplette Passivität und Zynismus ihrer Regierung, wenn es darum geht, dass sie einfach zuschauen, wie Israel diesen Völkermord unter den Palästinensern durchführt. Und gleichzeitig herrscht aber bei den ägyptischen Massen ein gewisser Zynismus, oder? Sie denken sich halt, ja, wir haben extrem hart gekämpft, wir haben lange gekämpft, wir haben Hunderte verloren und am Ende haben wir irgendwie doch nichts erreicht. Und was auch für uns in Österreich spannend ist, wir treffen diese Leute so, wir treffen diese Leute auf den Palästiner-Demos, wir können mit ihnen reden und wir müssen uns überlegen, wie können wir an das revolutionäre Erbe des arabischen Frühlings mit ihnen anknüpfen. Und ich glaube, es gibt irgendwie eine Reihe an Punkten, die wir diesen Leuten sagen müssen. Der erste Punkt ist, im Bewusstsein von Millionen von Menschen im gesamten arabischen Raum ist diese Revolution eine lebendige Erfahrung. Sie haben an einem eigenen Leib erfahren so, wenn sie gemeinsam kämpfen, wenn sie gemeinsam auf die Straße gehen, können sie jede Polizei, jedes Militär und jede Diktatur zurückdrängen und in die Knie zwingen. Ich glaube, das zweite Takeaway, das irgendwie vor allem für mich inspirierend ist, so. Ich war damals 15, für mich und meine Freunde war das irgendwie die erste Revolution, die wir bewusst mitbekommen haben. Das war irgendwie eine Inspiration von Millionen von Menschen, auch außerhalb des arabischen Raums, auch im Westen, für die Revolution auf einmal nicht mehr irgendwas war, das man in den Geschichtsbüchern sieht, sondern etwas Greifbares, etwas Lebendiges, etwas Inspirierendes. Und drittens, es stimmt nicht, dass wir nichts erreicht haben. Ich glaube, wir haben vor allem gelernt aus dieser Bewegung. Wir haben gelernt, wer auf unserer Seite steht, wer ein Hindernis ist und ich glaube, vor allem wir als revolutionäre Organisation dienen hier als Gedächtnis für die Arbeiterklasse, was man sich irgendwie mitnehmen muss. Und ich glaube, die allerwichtigste Lektion, die man rüberbringen muss, ist, es braucht eine marxistische Partei, es braucht eine revolutionäre Massenpartei, die tief in den Massen verankert ist, damit die Revolution erfolgreich sein kann. So eine revolutionäre Massenpartei kann der Bewegung politische Perspektiven geben, wenn sie in einer Sackgasse ist. So eine revolutionäre Partei reagiert nicht einfach empirisch und impulsiv auf die Ereignisse, heute so, morgen so, sondern hat einen Plan, hat irgendwie sich Gedanken darüber gemacht, studiert Ereignisse, studiert Revolutionen, deshalb reden wir auch heute darüber. Und eine revolutionäre Partei kann das machen, was in der Revolution nicht passiert ist, nämlich diese gesamten, diese ganzen lokalen Kämpfe, die regionalen Kämpfe, die teilweise sehr weit gegangen sind, wo teilweise Arbeiter die Enteignung gefordert haben. Eine revolutionäre Partei, die im ganzen Land verankert ist, kann diese ganzen Fäden zusammenfügen, kann die ganzen Kämpfe zusammenführen und daraus die weitesten Schlüsse ziehen, den vorwärts treibenden Faktor spielen und so die Revolution zum Sieg führen. Applaus 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 Vielen Dank.